Musik 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 Das Reisch-Mascho-Konzept ist weltweit einzigartig, weil man den Fuss einmal digital einscannt und nachher immer ganz bequem seine Schuhe online bestellen kann. Ich bin Dominik Reisch, Inhaber von Reisch Schoes. Ich bin Schuhmacher in der dritten Generation und habe mein Handwerk von der Piki auf gelernt. Wir vermessen den Fuss mit einem dreidimensionalen Scanner und haben nachher die relevanten Fussdaten wie Ballenmass, Rischthöhe und Fusslänge im System. Das Geniale an diesem Schuhkonzept ist, dass wenn es einmal vermessen ist, dass jeder Schuh nachher gleich passt. Sei das ein Oxford zum Anzug, sei das ein spitziger Double Monk, ein Sneaker oder ein Boots. Für unsere Schuhe verwendet man nur die hochwertigsten Kalbsleder. Das kann man schmecken, das kann man spüren, das kann man anlangen. Darum freut es mich besonders, dass wir aussen gehen zu Unternehmen, die Öffentlichkeit mit dem Mini jetzt und das erlebbar machen können.